Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs abraten. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Read up. Read up. Hat abgeraten. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich rate ab. Du rätst ab. Er rät ab. Wir raten ab. Ihr ratet ab. Sie raten ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich rät ab. Du rätst ab. Er rät ab. Wir räten ab. Ihr rätet ab. Sie räten ab. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgeraten. Du hast abgeraten. Er hat abgeraten. Er hat abgeraten. Wir haben abgeraten. Ihr habt abgeraten. Sie haben abgeraten. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich rate ab. Du ratest ab. Er rate ab. Wir raten ab. Ihr ratet ab. Sie raten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Rate ab. Du raten ab. Du raten ab. Du raten ab. Wir raten ab. Ihr raten ab. Sie raten ab. Sie raten ab. Das war unser kleines Lernvideo zum Verbabraten. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020